... Papa war gar nicht mehr da und ich habe rumgeschwenkt. So eine Gemeinheit. Nein, ich kann nicht mitkommen. Tobias Berger wird im Rennen Doppelzweier, Jahrgang 81 und Jünger starten. Er selbst ist Jahrgang 82. Tobias Berger, rechnest du dir Chancen in diesem Rennen aus? Ja, eigentlich schon. Angesichts der harten Konkurrenz? Ja, warum nicht? Und wie sieht dein Plan fürs Rennen aus? Ähm, naja, Dritter werden wir so. Wahrscheinlich, hoffentlich. Also das Mittelfeld wird angepeilt? Ja. Ich habe gehört, in der Vorbereitungsphase hat es einige Unstimmigkeiten gegeben mit dem Training. Das stimmt, weil wir wollen uns nicht so klar im Boot. Ach so, aber das ist jetzt alles geregelt? Das ist alles geregelt. Okay, und noch ein paar abschließende Worte vielleicht für unsere Zuschauer? Ähm, ja. Ich grüße meine Mami, hey, in Kappeln. Genau, das tue ich auch. Na, wir wünschen auf jeden Fall Tobias Berger und Christoph Markwatson in Ihrem Rennen viel Glück. Danke. Okay. Tschüss. TV-FOK live von Bad Sägeberg. Okay, und hier habe ich es nochmal geschafft, die ganze Vierermannschaft des FV Kappeln auf allen Platz zu vereinen. Wie lautet denn die Strategie fürs Rennen? Gewinn. Aha, der Sieg wird also angepeilt. Jo. Ich habe gehört, die Mannschaft wurde bunt zusammengewürfelt ohne Training. Stimmt das? Ja, klar. Also, wir wurden aus gut trainierten Leuten gewischt. Ach so. Ja. Ja, wir bewirken uns gerne in Rom bei dem Olymp und hier werden wir starten. Mensch, der Olymp ist aber in Griechenland. Pff. Ja, wir reden von sportlich trainierten Leuten. Hier, fahrs. Okay. Hallo, Kasi. Die befinden uns gerade in Bad Sägeberg. Und die sind hier lang um 15 Uhr 56 und 23 Sekunden. Heute ist der fünfte Samstag. Und gleich startet die Ostsee, unser Boot vom RVK mit der Mannschaft Christoph, Mark Patzen und Tobias Berger. Danach startet unser Vierer, Orion, mit der Mannschaft Rauke Juhl, Jürgen Entrich, Andreas Neumann. Und dann, ähm, ähm, hier ein René Stark und als Steuernand sehen wir hier Anne-Kathrin, ähm, gleich. Morgens, morgens sitzen sie. Morgens, morgens sitzen sie. Morgens, morgens sitzen sie. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020